Da bin ich wieder an, ähm, ich muss gerade mal überlegen, watsch, 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 ja, jetzt willkommen zurück, wo haben wir denn, ähm, ähm, nix gibt's, ähm, ich bin, Jenkins fährt nicht halb so gut, wie er glaubt, du, 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 na, komm her, ey, 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 der ist unser Störer, was haben wir gemacht, ähm, stimmt, wir haben einen Parker befreit, äh, ah, ich erinnere mich, wir wollten hierher, Können wir hier, und dann hab ich, okay, Munition scheint voll zu sein, das, wie viel Geld haben wir, 177, äh, ich würd sagen, wir fahren erst mal hin, ist vielleicht, besser erst mal was zu machen, ein bisschen was in die Luft zu sprengen, Ups, da können wir immer noch, äh, hier, den Mars befahren, Moment, hier oben gibt's ein paar, Erzvorkommen, die hätte ich gerne, ähm, hier, Abmarsch, Ich steig hier grad mal aus, ich glaub, den da unten haben wir gar nicht richtig richtig, wow, das wäre dieser, auf der Karte kann man die ja zum Glück ganz gut erkennen, durch dieses lilande, ähm, durch dieses lilande, leuchtende Quadrat, Quadrat, Gibt's auch nicht, komm, Ja, eins noch, Oh, nee, zwei noch, Hallo, geht weg, ich bau hier ab, heute bin ich hier, Macht euch schon, okay, Oh, hier sind anscheinend noch ein paar, Ah ja, wenn die hier grad so, Schön rumliegen, Machen wir die auch Gibt immerhin Barschrott Kann ich nicht einfach Hier, diesen machen, und dann Oh nein, 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 nein Oh So, den hätten wir, den hätten wir Den noch nicht Okay, also die Dinger kommen erst raus, wenn er als zerstört gilt, so wie es aussieht. Vorne gucken wir noch was raus, den haben wir zwar, aber ich, ähm, was soll das denn? Ich hab die immer ganz gerne, dass er nichts mehr rausguckt, dass ich da nicht schon verwirrt werde. So, das war unser Auto, wir nehmen aber natürlich das hier vorne. Wobei das auch schon ein bisschen beschädigt ist, was ist denn da, was werden, ach so, ey, hallo, abmarsch, wir fahren hier. Hm, ah, stimmt, wir haben das da, ja, das war die eine Abgrissmission, die wir mal gemacht haben. Wenn ich jetzt einfach, theoretisch, ohne Konsequenzen, ist immer gut. So, Parker verlassen wir gerade, das ist der, äh, Durchgang zum Dust, das ist hier, wo wir die ganzen, was warnt das alles? Diese Sender haben wir hier umgefahren, da steht sogar noch einer. Ein Kurier bringt taktische Informationen zu einigen Truppen. Finde diesen Kurier und sichere die Informationen. Hm, ein Kurier, wo fährt denn der lang? Folgt der uns, oder? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gündach. Okay, denn vielleicht sollte ich den nicht hier abfangen, sondern eher hinter dem Kontrollpunkt. Warum? Die schießen auf mich und fahren, das ist nicht doof. Die schießen auf mich und fahren dann gegen mich. Die sind, ne. Sorry, aber das ist ein bisschen... Ah, der fährt nach da hinten. Kriegen wir den vielleicht? Tja. Traum ist wohl ausgeträumt. Ach komm. Kommen wir mal hier. Wo will der andere hin? Ich bin grad noch so ein bisschen am erkunden, was man für Möglichkeiten hat und was man alles machen kann. Mit was man interagieren kann und sowas. Ey, ey, ey. Alter! Was passiert? Hä? Ja, wir sind... Wir sind immer noch gelb. Wenn wir uns verstecken, könnten wir es schaffen. Ich demoliere ganz gerne mal hier so ein bisschen... ...die in ihre Einrichtung, weil es scheint Einfluss zu verringern. Was ja irgendwie gelb war. Äh, rot auf der Karte. Das heißt... Ähm... Kann es in zwei Einfluss... Hä? Was war das denn? Ist natürlich Gold wert. Zwei Einflüsse... Das ist... Das ist natürlich heftig. Das wollen wir auch. Gibt es 250 Stück, ob wir die alle finden. Ähm... Das zweifle ich jetzt mal an, aber... ...geben uns Mühe. Hier, das zerfällt schon... Ach Gott. Nee, nee. Einfach nee. Was ist das überhaupt? Wir haben einen Tipp bekommen, dass jemand geheime IDF-Dokumente in der Nähe verschiebt. Finde den Kurier und hol diese Informationen. Der kommt doch hier eh vorbei, oder nicht? Ja. Dann warten wir einfach auf den. Wir verstecken uns hier. Kann ich hier... ...mich... ...warten, bis der da drüber fährt. Genau dort. Die sieht man zum Glück auf der Karte sehr schlecht, aber... ...sie sind sichtbar. Und dann... Das muss ein Kurier sein. Wo fährt der denn hin? Ich dachte, der fährt auch. Nein! Tja. Hat wohl nicht gereicht. Und... Tschüss. Ja... Alter. Wir brauchen... Nee, 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 nee. Wir brauchen Muni. Muni. Richtige Muni. Diese hier. Kriegen wir, glaub ich, nur von denen hier, oder? Wir hatten... ...de... Ich dachte... Ah, aber... Die können nicht einfach auf uns schießen. Fahr durch. Komm. Der vielleicht... ...bisschen... Ah, die haben alle nur diese... ...billige... ...Pistolen-Muni. Komm. Schau auf mich. Ich stürze ein. Es bricht da oben schon. Da sieht man... Da... ... scheinen schon... ... strukturelle Schwierigkeiten zu haben. Hä? Ach so. Genau. Warte mal. Jetzt muss ich da mal wieder hoch. Was ist... Kann ich, wenn ich jetzt einfach hier ein bisschen... Was ist das? Wofür haben wir die denn? Ja, ja. Es wurde zerstört. Es ist aber noch nicht eingestürzt. Ah. Das hier fällt mir schon besser. Gibt es hier noch ein bisschen was zu holen? Hm. Dann gucken wir mal hier unten. Das hier ist noch eins. Das können wir auch machen. Wenn wir mal wieder hier hochkommen... Ach komm schon. Ähm... Nicht jetzt. Was ist das? Jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Mann, der soll noch hier herfahren. Ist es wieder derselbe Kurier? Oder was? Kann der mal aufhören uns anzufahren? Was ist denn los? Muss ja, der muss da drüber fahren. Ja, näher, 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 näher. Das muss der Kurier sein. Wie kann der denn... Ähm... Nö, den hole ich jetzt ganz sicher nicht ein. Ich würde dem seine... Ah. Ja, wenn die uns... Wenn die uns mal nicht... Das war die falsche Waffe. Wenn wir uns nicht mal nicht nerven würden, dass hier ständig ein Kurier auftaucht, dann könnten wir vielleicht auch mal unsere Arbeit erledigen. Danke sehr. Wir haben nicht mehr so viele Sprengladungen, oder? Ne, nur noch acht Stück. Hebe ich da mal ein bisschen auf, falls wir was Größeres haben, was wir eventuell schnell machen müssen. Das hier geht ja. Das hat ja nicht so viele... Knackpunkte. Hier ein bisschen die Ecken... Raus machen. Watt, 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 watt! Mann! Moment, war das gerade eine Schrotflinde? Oh, nice! Das gefällt mir. Hm! Ähm, wir warten vielleicht gerade mal. Obwohl, es fällt ja relativ schnell wieder auf. Das ist jetzt noch eins. Funktioniert denn das? Oh! Hm! Ja... Ich glaube, wir müssen da echt sehr viel näher dran stehen, damit wir da effektiv was machen können. Gibt's auch so ein Scharfschützengewehr oder sowas in der Art? Das wäre natürlich... Sehr geil! Gibt mir sehr viel mehr mitmachen. Du musst die, die weit weg stehen. Das ist... Ne, das hat mir nicht gereicht. Ach komm! Was ist denn hier los? Da ist eine Waffe gelandet. Die hätte ich gern. Ist denn... Ja! Alles klar! Ich glaube... Wir sollten eventuell... uns erst mal zurückziehen. Sonst sind wir ganz schnell... ganz tot. Was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich frage auch gar nicht. Ich hoffe, dass es wieder grün wird. Oh, guck mal hier. Guck mal hier ein bisschen. Abbauen. Wir sind jetzt grün, aber die zwei nehme ich auf jeden Fall. Mensch, muss immer mal wieder bewegen können. Wie viel gibt es insgesamt? 300. Also... Ein... Äh... Das sind vier... Ein Zwölftel haben wir jetzt. Ein Zwölftel aller Erzfock. Ist nicht viel, aber... Ist eine Zahl... Wir warten jetzt auf den. Ich warte jetzt hier auf den Kurier. Denn ich habe was vor. Ach komm. Die schießen... völlig... ohne Grund auf uns. Ich meine, klar. Äh... Wir haben gerade denen ihre... Mine so ein bisschen... Ach, das ist nur eine? Ja. Jetzt müsste es eigentlich wieder grün werden. Wann kommt denn dieser... Damn Luck Kurier? Ich glaube, er macht sich bereit. Er ist unterwegs. Ja, ja, ja. Da ist er dran. Das muss der Kurier sein. So. Ich habe die Daten. Ich habe die Daten. Ähm. 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 Das ist ein Panzer. Hallo? Äh. Äh. Alter. Steig ein, steig... Nein. Steig ein. Steig ein. Fahr. Fahr doch. Schnell. Uh. Weg hier. Und tschüss. Leute, Leute. Ehrlich. Ich habe doch einen Schuss. Können wir hier nicht... uns einfach verstecken. Natürlich nicht. Ja. Demolieren wir noch ein bisschen hier die Kisten. War da noch eine? Da hinten. Kannst mich mal. Wir halten gar nichts. Was? Es sollten bald mal das... Ah. Fliege, geh weg. Widerlich. Es sollten bald mal das Auto wechseln. Ich glaube, das ist ein bisschen... ...damaliert, ne? Und es ist kaputt. Oh. Nehme das. Mit... hier mit MG und allem. Das ist so eins. Stimmt, das ist ein anderes Geschütz. Und sie treffen damit eigentlich? Moment, ich kann ja... Hier, zielen. Ich will doch nur in Ruhe gelassen werden. Das ist Guerilla. Das ist aber immer noch ein bisschen grün. Ich weiß ja nicht, was genau wir machen müssen. Damit es... ...aufhört. Ich muss mir... ...in den Unterschub... ...zurück. Ups. Ich glaube, es war den hier, oder? Was? Was passiert denn hier? Hä? Ja, der war auch noch ein. Weißt du? Hallo. Papistisch. Oh fuck. Ja. Ist doch gut. Alter. Was passiert hier? Hallo. Ey Leute. So viel halte ich nicht aus, Mann. Das ist die erste Folge. Ja. Ich sammle mal ein bisschen... ...den... ...chippes hier auf. Ich habe ja einiges. Ich mag das Auto. Schießen die jetzt auf mich, oder was? Ne. Ach, ne. Hey, komm mal wer da ist. Komm schon. Ich glaube... ...ich fahr mal in den Unterschlupf. Vielleicht das... ...gibts hier auch... ...und das einen Unterschlupf? Dass wir da vielleicht zuerst mal rein fahren. Hier gibt's einen. Ey, jetzt sind wir so nah hier dran. Jetzt kann man auch den nehmen. Das ist kein Unterschlupf. Nein. Das ist kein Unterschlupf. Unterschlupf. Wovon können wir trotzdem? Weil auf dem Mars gibt's ja keine Schwerkraft. Also... Hier ist, ich glaube, ein Drittel. Ich weiß nicht, ob die das durchs Terraform auch... ...auch geändert haben. ...die Schwerkraft oder... ...ob die neuen Generation einfach... ...so... ...weiche Knochen und so wenigen Muskeln haben... ...dass sie... Ach, echt jetzt? Kommt da... Hallo, 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 hallo. Wir hätten echt nur aussteigen müssen, oder was? Fünf... Ah, fünfte Aktion. Phil, was ist das hier? Ähm... ...ne Mine. Also, man kriegt auch Waffen, wenn man verschiedene Sachen freischaltet. Also, wenn man diese ganzen Missionen macht, kriegt man verschiedene Bauchpläne. Was ist das jetzt? Gehört das jetzt zu das dazu, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gern zu... Das ist teilweise echt so anstrengend hier. Zuallererst das in die Luft springen eigentlich, aber... Ach, komm. Ich will es, wie er tun muss. Wir haben ja schon... ...das meiste davon zerstört gehabt, diese ganzen Kleingebäude. Das hätte ja auch eigentlich ganz gut funktioniert, wenn da nicht der Panzer gekommen wäre auf einmal. Wir hätten den kapern sollen. Ich würde... Nächstes Mal... ...wenn wir... ...wenn ich einem Panzer begegne... ...schnappen wir uns den. So richtig, mit... ...mit Kapern und... Verdammt. Vorne ist EDF. Können wir da... Oh, das sind zwei, oder? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Was ist denn das so ein Fahrzeug? Oh. Had you failed me. Was über all die EDF? Fuck. Dann kommen wir gar nicht so einfach rein. Das sollen wir zerstören. Können wir... ...uns da hinschleichen? Oder können wir die Sachen da runter werfen, vielleicht? Wie weit fliegt das? Okay, die haben uns schon gesehen. Alles klar. Das ist doch, was sie gemeint haben, oder nicht? Da hab ich jetzt was verpasst. Und können wir das Ding werfen? Nee. Das war doch... ...und die nicht den... ...den... ...das Ding hier? Ja doch. Oh Gott. Ich komm... Hallo? Oh. Das ist ein bisschen knapp gerade. Was macht der da? Über uns ist einer. Und hinter dem Bagger. Oh nein. Das ist der... Haben wir wieder einen Panzer geholt. Gerufen. 46%! Nein! 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 Okay. Ja. Ja. Ich hab das schon mitbekommen. Was ist das hier? IDF startet... Hydra. Ich weiß nicht, was startet... Nur wegen... Zurück in den Kampf. Ja, wir sind das erste Mal gestorben. Kann passieren. Kann passieren. Was gibt es denn hier? Neues. Hatten wir nicht sowas wie einen... Moment. Wir haben doch einen Raketenwerfer bekommen. Oder habe ich da was verpasst? Oh Gott. Multi-Raketen. Wärmesuchen. Rüst... Moment, die Rüstung. Ja. Die kommen... Es ist sogar noch besser als zuvor. Gleichzeitig... Ah, nein. Nein. Nein, nein. Verdammt. Egal. Wir holen uns... Ah. Wenn wir jetzt hier vorne... Sagen wir das? Das... Ich frage mich manchmal, was sie auf der Erde von uns denken. Wenn die auf uns schießen? Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall... Ähm... Wir haben jetzt wie so ein Ding umgeschnallt. So eine... Ja, wie so eine... Plattenrüstung. Komisch nur, dass vorne unser Ding immer noch zu ist. Äh... Offen. Ei. Es ist ein Anfang. Es ist... Es ist ein Start. So... Wo ist denn... Mein Schicksteil hier? Ah... Neun Raketen nur. Ist aber schade. Mg sollten wir generell immer dabei haben. So. Können wir da auch... Dann können wir nächste Folge mal auslisten. Denn ich würde sagen, das war's für diese Runde. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei... Red Faction Guerrero. Wir haben in dieser Folge eigentlich nichts gemacht. Wirklich. Ja. Bis dahin.